Hallo meine Lieben, was ist für dich Männlichkeit? Zuerst denken wir natürlich in all diesen Rollen, in diesen Männerrollen, wie Männer zu sein haben, was von Männern erwartet wird, was Männer sind. Und schau mal, was dein Bild, was dein Männerbild ist, vielleicht auch was dein Wunschbild ist, wie ein Mann zu sein hat und gleichgültig, ob du jetzt selber Mann oder Frau bist, sondern was ist ein Vorbild, was ist wirklich ein Vorbild zum Thema Männlichkeit für dich? Ob das jetzt der edle Ritter ist, ob das der Magier ist, ob das die Archetypen sind oder ob das einfach ein Mann ist, der sein Mann steht, ohne großes Drumherum, der Männlichkeit einerseits zelebriert, aber nicht übertreibt, indem er einfach Mann ist. So, was ist dein Bild von Männlichkeit? Männlichkeit Vielen Dank.